Ich möchte gerne die Bambus-Orakel als Beratungsvideo vorstellen. Diese tägliche Botschaft über die Tendenz des Tages, die Bambus-Orakel, das erscheint täglich in meinem neuen Kanal Fernöstliches Liebes-Orakel. Aber ihr könnt diese Orakel auch buchen als Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Und das bedeutet, ich erkläre das, in fernen Osten gehen die Menschen im Tempel. Sie besuchen Pinyin. Pinyin ist die Göttin, die Liebe, die Barmherzigkeit, das Mitgefühl und bringt Glück. Viele Menschen stellen ihre Fragen, sie befragen den Tempel-Orakel und die Priester geben die Antwort. Über Arbeit, Geld, über Gesundheit, über Familie oder über die Liebe, Partnerschaft. Die Priester haben einen Bambusbecher und Bambusstäbe. Das wird geschüttelt und die Priester zieht ein Stab aus diesem Bambusstäbchen, steht etwas, ein Symbol. Und die Priester deutet das und beantwortet die Frage. Und das biete ich als Beratungsvideo an. Ihr könnt euren Fragen stellen per E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung-at-denderasusannamedici.com Bitte dazuschreiben Bambus-Orakel oder stellt euren Fragen per WhatsApp. Meine Nummer befindet sich unten in Infobox. Mein Honorar beträgt für Bambus-Orakel 10 Euro. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für das Zuschauen.